Ich grüße euch Freunde und willkommen zurück bei God of War Ragnarök und dieses Mal in Venaheim. Ja, eine Blüte, eine Welt voller Blüten und das Rezept der Verliebten natürlich. Die finden wir natürlich hier oben nur im Krater, nämlich hier wo das Portal ist und in der Mitte das Wasser. So, hinten sehen wir schon das Zeichen, hier müssen wir einmal rüber und hier haben wir die Zutat. Dann haben wir natürlich auf der gleichen Stelle hier in der Mitte noch die Blüte, die Freya pflücken müssen. Für einen neuen Welt voller Blüten für die Trophäe. Bis zum nächsten Mal. Bill sucht mich auch auf Instagram und Twitch, die Links findet ihr in der Beschreibung.